Juan Antonio Pizzi Toroja ist ein ehemaliger argentinisch-spanischer Fußballspieler und heutiger Trainer. Karriere Pizzi begann seine Karriere 1988 bei circa Rosario Central. Bereits nach einem Jahr wechselte er zum mexikanischen Club Deportivo Toluca. Ein weiteres Jahr später ging er nach Europa zu C.D. Teneriffa. Bei diesem Verein war er mit 30 Treffern in 68 Spielen sehr erfolgreich und verhalfe dem Team damit zur Qualifikation für den UEFA-Pokal 1993-94 Still. Folgerichtig ging er 1993 zum spanischen Top-Verein FC Valencia, bei dem er allerdings in einer Saison keinen bleibenden Eindruck hinterlassen konnte, so dass er bereits nach einem Jahr zu C.D. Teneriffa zurückkehrte. Dort konnte er in der Saison 1995 96. mit 31 Toren in 41 Spielen Torschützenkönig werden. 1996 schloss er sich dem FC Barcelona an. Während seines zweijährigen Aufenthalts konnte er sich nicht wirklich gegen Ronaldo, Sonny Anderson und Luis Enrique durchsetzen und erzielte nur elf Ligertore, obwohl Barca mit dem Gewinn der Meisterschaft des Spanischen Pokals und des Europapokals der Pokalsieger 1997 sehr erfolgreich war. 1998 ging er wieder in seine Heimat zu C.Riva Plata. Nachdem er bis zum Jahre 2002 noch für den FC Porto, den FC Villarreal und noch zweimal für circa Rosario Central spielte, beendete er seine Spielerkarriere. Zwischen 1994 und 1998 bestritt er 22 Spiele für die spanische Nationalmannschaft und nahm mit ihr an der EM 1996 und der WM 1998 teil. 2005 begann Juan Antonio Pizzi seine Trainerkarriere bei Colón de Santa Fe. Dort wurde er allerdings nach drei Niederlagen in den ersten drei Spielen schnell wieder entlassen. Von 2009 bis 2010 trainierte er den chilenischen Club Santiago Mourning, anschließend wurde er Coach von C.D. Universidad Catolica. Er setzte die Arbeit seines Vorgängers Marco Antonio Figueroa fort und gewann am Ende des Jahres 2010 die Meisterschaft. Mit dem Verein gelang Pizzi weiterhin unter anderem auch der Vorstoß ins Viertelfinale der Copa Libertadores 2011, nachdem man in der Runde der letzten 16 Mannschaften den brasilianischen Vertreter Gremio Porto Alegre überraschend bezwang. Eine Runde später kam das Ostern gegen circa Penaroy aus Uruguay, das später erst im Finale am FC Santos scheiterte. Im Ligabetrieb war Juan Antonio Pizzi als Trainer von Universidad Catolica zunächst auch erfolgreich. Mit drei Zählern vor Universidad de Chile gewann man das Tourneo Apicere in der Tabelle, musste sich aber in den Playoffspielen um die Meisterschaft der Apicere eben jenem Verein geschlagen geben. Nach der 1 zu 4 Niederlage im Rückspiel, nachdem man das Heimspiel noch mit 2 zu 0 gewonnen hatte, verkündete Juan Antonio Pizzi seinen Rücktritt als Coach bei Universidad Catolica und wurde durch Mario Lippe abgelöst. Wenig später übernahm Juan Antonio Pizzi das Traineramt bei seinem Heimatverein Rosario Central. Dieser war mittlerweile in die zweite argentinische Liga, die Primär-AB-National, abgestürzt. Mit San Lorenzo gewann er im Jahr 2013 die Apicere. Ende Dezember 2013 ersetzte er Miroslav Tugic als Trainer des spanischen Erstligisten FC Valentia. Am 30. Januar 2016 wurde er als Nachfolger seines zurückgetretenen Landsmanns Jorge Sampaoli Trainer der chienischen Fußball-Nationalmannschaft. Erfolge als Spieler spanischer Meister, spanischer Pokalsieger, spanischer Super-Pokalsieger, Europapokal der Pokalsieger, UEFA Supercup. Teilnahme an einer Weltmeisterschaft 1998. Teilnahme an einer Europameisterschaft 1996. Torschützenkönig der Primär-A-Division 1995-96 still. Als Trainer chilenischer Meister, argentinischer Meister.